so hier bin ich wieder Scheiß Boxen er steht nur im Weg also hier bin ich wieder mit Jumper Weedux boah geh ich noch hoch Ogmo aus Versehen Mars aus dem Bild äh ja egal schon glaubt er schon ich kann nicht reden reden und gleichzeitig spielen ist ne Kunst ah so so ich sage mal nichts dieses Level dieses Level ist scheiße scheiß schwer meine ich hätten die hätte der nicht sich nichts besseres einfallen lassen können Ogmo 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 ein krüppeltes rotes Viech aus dem ersten Weltkrieg Scheiße ich habe zu mir verbaut ah ah the na klar was war das das war das war wirklich knapp das war scheiße schenkt mir nie im leben gebrohene suppe oder ich werde euch töten vorne suppe ist nicht gut was zum teufel soll der scheißdreck vor allem nicht gefrorene Karotten mit Lüschchen so so Prozent diese Aufnahme läuft nun von 174 Sekunden oder wie auch immer so ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich also es gibt hier bei Jumper Redux 2 Redux oder Redux 2 Sachen und zwar Jumper Redux und Jumper Original zurzeit spiel ich Jumper Original und dann danach werde ich Jumper Redux anfangen oder Redux wie auch immer so links um geht nach oben dann du du scheiß ogmo ja der neue Ausdruck ogmo ja ich hab's geschafft war das schon eine gute Idee okay was nein wieso gibt's hier keine Mittelfahne oder sowas ähnliches so 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 nein wieso habe ich das getan so so scheiße klar ja in ersten Level wollte ich es ja auch noch schwer haben ist das jetzt das normale Jumper oder Redux oder Redux oder Redux Redux oder wer auch immer Arsch Loch ich hasse äh Sven äh ich hab jetzt mein das war jetzt ungefähr mein halbes Video und ich hab ich hab mein halbes Video an dem beschissenen Level so hoch so und nun ja ich hab's geschafft warte mal kurz so so ah hey hallo bin ich noch da ah ja so bin wieder da Maus raus so 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 dieses Level wird leicht schwer ja genau deshalb genau deshalb aber später kommt wirklich noch schwereres das Level dieses Level dieses noch schwerere Level wird wirklich mies wahrscheinlich kommt es auch gleich so so mann du Arschloch oben 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 Boden äh egal egal scheiße wieso kann man nur zwei Pfeilen nur einmal springen so 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 Arschloch du Arschloch du Arschloch du Arschloch Arschloch du ich hab's geschafft so ja wieder da ja das ist einfach aber ich mach's mir scheiß schwer komm schon nein genau so muss es sein aber bloß das äh äh enter backslash n klappt alles nicht so ja ja und nun ja schieb die kiste ja das ist das miese level ich dachte das kommt erst bei redox ja ich war schon ziemlich weit so 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 ja 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 Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Also, dann, das war wieder mal das Milk. Bye.